Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 171. Folge des Command & Conquer 1 der Tiberium Conflict Let's Plays beziehungsweise zur 60. Folge des Command & Conquer 1 der Ausnahmezustand Let's Plays wo ja gerade unsere Sammler einen minimal großen Angriff erfahren aufgrund einer Tatsache, die ich noch nicht so ganz verstehe naja gut, ich weiß schon was los ist müssen wir uns bald um seinen Sammler kümmern aber erstmal tun wir jetzt hier, bevor ich wie ich hier verrenne ähm, uns hier drum kümmern, dass wir den Angriff hier abgewehrt kriegen oh warum schießen du so selten? so, reparieren also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich mich gerade so wenig erstmal nur wehre ähm, der NPC hat sich ja wieder geschafft einigermaßen aufzubauen ich weiß aber nicht, wie viel Kohle in so einem scheiß Sammler drin ist aber dadurch, dass der es geschafft hat sich aufzubauen muss ich erst mal ganz kurz jetzt hier ähm die Angriffe abwehren wo ich mich gleich um den Sammler kümmere so, und los geht's STRG 1 da drauf so, ihr geht wieder sammeln eieiei eigentlich nicht wichtigst wäre, dass der Sammler jetzt weg ist bevor sie nach da oben kommen obwohl der wahrscheinlich so viele Ressourcen hat dass er es locker schaffen wird aber ich kann es nicht verhindern so, und verpissen gar nicht erst fighten, direkt verpissen hier ich hätte gerne mal noch mein Panzer er greift aber mehr an, als hier lieb ist jetzt hoffen wir, dass die Sammler den Scheiß hier geregelt kriegen so, wenn die gleich hier hocken bleiben dann müssten die theoretisch gesehen mit ein bisschen Glück mal gucken ja, sehr gut so, wegballern naja, gut ein Nordmord verloren da muss ich jetzt mal mit leben stellt sich da hin wie sieht der Rest aus der Rest geht einigermaßen obwohl hier ja gleich noch ein ordentlicher Angriff kommt stelle ich mal da hin obwohl es mir eigentlich relativ egal ist solange wie sie meine Sammler nicht angreifen das wäre immer der Punkt der mich am meisten stört wenn die meinen oh, wir haben ja ein paar Sammler greifen wir doch mal das an weil ich das bei ihm mache muss er das ja nicht bei mir machen nach wie es hier aber leider aussieht wir snacken uns gleich auch wieder seinen nächsten Sammler weg das ist mir so egal der ist da unterwegs der kommt gleich dran so ähm wo ist der Sammler hin wo ist er, wo ist er, wo ist er dahin fährt er noch okay den da oben sollte ich mir schnappen den da danach fahren wir wieder zu dem Sammler und snacken uns den gleich da 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 ah ja ja wenn ich das immer schon sehe weiß ich immer schon direkt was abgeht der müsste mir eigentlich entgegenkommen wenn ich Glück habe dann fährt er da hin du fährst da hin ich hole mir mal noch einen Panzer ja, ob das klappt ich bin mir noch unschlüssig ich bin mir noch unschlüssig ob das hier so problemlos klappen wird wie ich mir das vorstelle du solltest eigentlich dich weiter reparieren Konstruktion fertig so jetzt ist eigentlich der perfekte Moment um den abzufangen ganz ehrlich er wird nicht noch mal näher rankommen auf geht's scheiß drauf ich versuche notfalls Verstärkungen sind eingetroffen die Verluste er kommt doch jawohl in Ordnung in Ordnung oh ja kommt zurück wunderschön stehenbleiben einfach machen lassen jawohl rech auf rech auf jawohl steh dicht jawohl steh dicht jawohl zahl perfekt das war der Plan original so und nicht anders jawohl ach ach hier unten er hat mir den Obelisten weggesnackt jawohl rech auf und gleich noch den Panzer mit dazu uah jungs 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 jawohl zahl rech auf jawohl bestätigt jawohl in Ordnung jawohl zahl jawohl rech auf jawohl rech auf jawohl rech auf es war im Nachgang betrachtet also eine eher dumme Idee dem Panzer neben den Obelisten zu stellen aber jetzt kann ich es nicht mehr ändern und er hat erstmal keinen weiteren Sammler das ist schon mal gut ich weiß noch nicht wie viele Ressourcen er zusammenkriegt wenn ich den nächsten Angriff starte aber es sind ja ist ja nur noch ein Fickerturm da der Rest ist ja schaffbar da kommt der nächste Sammler alles klar ist da Bescheid also ich kann euch da nicht versprechen wie lange sich diese Mission hier noch hinziehen wird jetzt mal ganz ehrlich ähm ich dachte eigentlich tatsächlich schon vor längeren dass ich den hier bald mal platt hätte aber da habe ich mich massiv getäuscht mit meiner Denkweise was jetzt kein Weltuntergang ist aber es ist halt verwunderlich der kommt mir schon schön entgegengelaufen wenn ich sein na gut das wird eher Zufall sein aber mir egal greift trotzdem sein Sammler jetzt an sobald der weg ist verpisse ich mich hier auch wieder so wie ihr es gewohnt seid direkt weg so Obelist kommt ähm dahin dann bauen wir wieder ein paar Panzer wie gesagt für den Fall jawohl jawohl in Ordnung für den Fall dass ich ähm jawohl in Ordnung seine Basis angreifen möchte bauen wir ein paar Panzer auf das hier ist ja nur der Schlag Trupp der dazu gedacht ist die Sammler weg zu ballern ei 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 jawohl zahl brecher auf jawohl ich höre jetzt nicht drum rum kommen hier fast alles zu rappen aber eigentlich nichts Schlimmes jawohl zahl jawohl zahl bestätigen jawohl zahl jawohl zahl da drauf das mal rappen ah das sieht ja alles soweit ganz gut aus der Mammutpanzer der wird auch kein Thema sein das sag ich euch jetzt schon und ich glaub das war's zumindest erstmal jetzt geltlich dass er mich nochmal angreift jawohl zahl bestätigt glaube ich zahl zahl brecher auf konstruktion jawohl zahl brecher auf jawohl zahl verständigt so schön alle Fahrzeuge erhalten das war mir wichtig jawohl zahl hier dahin jawohl zahl also das Reparaturding wird von mir absichtlich auch in Masse hier gerade genutzt ähm den Verlust der Fahrzeuge so gut es geht zu vermeiden er zieht sich sogar zurück mit seinem Mammutpanzer hätte ich jetzt nicht gedacht jawohl zahl jawohl 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 mal den reparieren das ist zwar nicht dringend notwendig und jetzt müssen wir eigentlich wieder darauf hinsparen dass ich einen Angriff auf seine Base mache und sobald ich den Angriff auf seine Base mache weiß ich ganz genau dass ich wieder aufpassen muss dass er nicht aus Versehen nochmal ein paar Sammler baut aber vermutlich wird er wieder auf die Idee kommen zu verkaufen Sammler zu produzieren und alles mögliche also ich müsste ihn klinisch dieses Mal etwas mehr an die Wand stellen ich weiß noch nicht wie ich das genau mache ähm aber diesmal hat er ein bisschen weniger erstens ist es nur noch ein Turm davon da an der Seite hier dass ich hier erstmal rein kann ich sollte gegen sein Anti-Air klarkommen hoffe ich hoffe ich das ist wirklich die beste Aussage ich hoffe ich komme dagegen klar und wenn nicht weiß ich noch nicht mal gucken ich probiere mein Bestes so kurz warten bis der Panzer geliefert ist und dann wird direkt das nächste geliefert wenn man einmal verstanden hat wie das Teil funktioniert dann kann man ja auch mehrere Fahrzeuge gleichzeitig liefern lassen ähm da hin ich glaube der versucht immer noch mit dem Mammutpanzer einen Druck zu schinden nicht so dass es mich jetzt stört dass er das macht aber ich muss ihn ja nur dazu bringen dass er nicht meine Sammler angreift und dass er in meine Basis kommt wenn er das macht dann ist mir der Restwumpe warum produziert ach nee ich produziere einen Panzer ist richtig das macht er auch ignoriert die Sammler sehr schön wird der Panzer wird nicht mehr fertig werden ist die Frage ob wir mit dem Trupp schon angreifen wollen wahrscheinlich werde ich eh wieder zu früh angreifen und werde mir danach in den Arsch beißen dass ich es getan habe wie ihr werdet strg1 ihr werdet strg2 hier könntest du zufällig da mal kitzeln dass der hier mal umdreht sehr gut das war der Plan folge dem Fahrzeug unauffällig lieber Kampfpanzer Mammutpanzer Mammutpanzer und oh was sehen meine verblassten Augen ein Mammutpanzer der sich von Obelisken anballern lässt perfekt ich habe auch viele Schüsse ich bin ja gar nicht mehr gewohnt also ich habe kein Geld passt war gerade verwundert warum der Turm sich nicht repariert aber ist ja klar wenn ich keine Kohle mehr habe so jetzt muss man die Basis angreifen nichts leichter als das ich bin übrigens bis heute nicht sicher wenn ich gleichzeitig produziere jetzt bin ich mir sicher ich wollte gerade sagen ob die Reparatur manchmal abgebrochen werden kann aber ja sie kann abgebrochen werden Frage wurde beantwortet sobald die Kohle einmal alle ist wird die Reparatur abgebrochen egal wie der Stand der Technik in diesem Moment ist wieso kam der Sammel denn jetzt auf die Idee hier unten abzubauen ich meine nicht dass es mich stört es hat mich nur verwundert macht aber nur er der Rest fährt jetzt nach oben wieder es hat mir aber keinen Befehl gegeben zu abbauen hier unten ich würde sagen die zwei Panzer noch und dann greifen wir an und gucken wir ob wir es schaffen in seine Basis irgendwie reinzukommen auch wenn ich noch minimal Zweifel habe aber wird gebaut ja irgendwann muss ich ja mal angreifen bestätigt jawohl bestätigt jawohl reiche auf reiche auf ach ja kommt das da so äh STRG 2 so dann fahrt ihr mal da hin sammelt euch da erstmal dass wir hier mal die Basis ein bisschen leerer kriegen mal eins der nervigeren Aspekte dass die es nicht hinbekommen ähm vernünftig zu fahren ohne sich gegenseitig zu blocken gut ich würde auch sagen wir greifen dann gleich als erstes das Gebäude an die hier nehmen wir zur DEF das heißt ich schicke die ganzen Panzer da drauf und das hier schicke ich einfach nur nach oben und lasse die DEFen und die Panzer noch ein bisschen sammeln die werden zwar eh wahrscheinlich ein zwei Panzer Verlust muss ich mitleben wenn ich jetzt hier rein möchte aber das kriegen wir hin wir speichern einmal zack dann geht das los hier das falsche ihr solltet nicht ihr sollt angreifen ja wohl ja wohl zack wir machen eine gute Sache wir machen mit das ist so null der plan was hier wieder passiert aber ich werde damit leben müssen ballert mal da oben die R weg bitte irgendeiner auf die R vielen herzlichen Dank dass man keine Befehle geben kann dass sie die Luft dass sie die Luft angreifen sollen jetzt bleiben wir hier oben erstmal noch schön stehen und sorgen erstmal dafür dass die R hier noch weg geht den Panzern können wir gerne mal hier löcher reinballern das war der plan sehr gut so mann 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 ok es geht einigermaßen klar langsam dann fahrt ihr nach hier oben und fangt an in Ordnung da drauf zu ballern ja irgendwo muss ich ja Schaden drauf machen jawohl zack ähm jawohl zack jawohl zack ich brauche dir den Rest ich bin mir immer so bei den ganzen Bodentruppen bin ich mir immer nicht sicher ob das eine gute Idee ist was ich manchmal so mache jawohl jawohl zack jawohl zack jawohl zack da fangt ihr dahin jawohl zack du hast noch mit zur 1 jawohl zack du hast mit zur 1 so ihr dahin die 2 Baller da drauf und das sieht doch gut aus wow ist so laut und dann werden wir hier bei der nächsten Folge die Basis noch zu Ende platt machen ich glaube nicht dass er es jetzt noch schaffen wird sich mich hier raus zu dreschen und wenn ja dann mache ich ein dummes Gesicht und ansonsten bedanke ich mich soweit jetzt erstmal fürs Zuschauen erst noch einen Daumen nach oben beschreibt mir Feedback ich freue mich für jeden Scheiß und sage immer zum Schluss Tschö bitte